das angekommen ist er und so die Hände müssen erst mal ein bisschen arbeiten vielleicht mal ja auch Bulletin nach der Welt aber dann war er hat ein Haar eingearbeitet das eine steht für German Let's Play und das andere steht für German German sowieso ja ich habe einen eigenen Buchstaben Edgy wir beide spielen zusammen habe ich gesagt gehört von mir hat soll man ab Punkt hast du denn gemacht mehr an das ist ja nicht immer an und das alles in den schönen Buchstaben noch drin am rumhocken und wir haben und warum ist es schön ist eine Brücke drüber weil ich eingestellt hat der Brückenbau und Köln weg aber auch die Brücke vor die Brücke der Leiter der dran sein war toll stehen wir als vorgesehen war toll wie sinnlos das ist ihnen fast erwischt und wenn ich denke mal die letzte drin ist wir vertreten durch Jo macht wirklich Töte Bärm Fleisch junger Partner und das war so was haben wir denn hier schönes Boah in die in die in die guten Tag das war Husten BAM 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 hat's gemacht BAM 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 So was ist denn hier raus hier will ich eigentlich meine Ruhe haben hier will ich eigentlich meine Ruhe haben ich soll auf BAM gehen dann mache ich das ausnahmsweise mal guck mal da unten was oh mein Seekönig ist eine Mine das stimmt denk da an der Seekönig muss als erstes sterben ja hol den da rein das fetzt ja sonst nicht wie krieg ich denn das hin ne Granate werfen ne besser einfach n Schaf runter das läuft schon richtig naja gut das müsste eigentlich na dreht's um um ne es dreht nicht um oder BAM 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 Scheiße doch erwischt NAAAAAAH ach egal oh das war echt fail ja egal das kannst du besser auf jeden Fall ja naja genau guck dir an der sitzt da alleine drinnen das ist doch schön oder nicht Hetchy wir müssen erstmal auf ihn gehen weil der sitzt da alleine drinnen das geht nicht ja klar ja klar können wir machen ihr Wichser ja dafür legst du uns ein Dynamit zwischen die Beine hier oh scheiße nein ich kann nicht beachtet boah wirft da mal ne Bombe rein ey wer fliegt das würde ich sogar glaube ich machen wenn ich jetzt schon irgendwas hätte was fettes mit Bananenbombe da rein schmeißen das wäre schon echt geil da würde ich sogar auf meinen Titan jahahahaha jetzt sind alle tot geil alle sind tot wir waren das gerade hey Trouble Let's Play hat noch 43 HP trotzdem stirbt der ja 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 ich weiß guck ich dir an jetzt gehen doch noch alle runter nein er geht nicht runter was lebt der noch 2 HP willst du mich verarschen hör mal du hast schon mal mit einem HP überlebt ähm ja nach ne Aktion von dir das ist was anderes na toll komm Igel jetzt zeig uns jemal wie das da unten geht mit jemandem mit zwei HP zu töten jetzt stirbt er selber jetzt fliege aber er darf auf also kann er nochmal ja ja nein Nein! Was machst du denn, ey? So geil. Früher habe ich immer ein Blatt Papier genommen und das angelegt, damit ich besser zielen konnte. Wie fählich, ey. Ja. Ja, guck mal, er lädt, es läuft ja. Und jetzt schmeißt er mir am besten noch beide rein, da, ey. Für die Aktion. Jetzt schmeißt er, kriegst du eine heilige Granate oder so und dann ist es vorbei, da mit dem MC Hedgehog und dem tollen Eagle. Los! 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 Weißt du, was für so ein Wurm wäre auch noch ein geiler Name, irgendwie mein Penis gewesen oder so? Also, einen, also euch beide jetzt, dass einer den so nennt man nicht. Nee, nee. Das ist dein Ding. Bei mir gibt es so. Das ist dein Ding. Okay. Genau, ich nenne jetzt mal ein Wurm und dein Wurm. Dein Wurm. So hast du dich nicht hängen lassen, hast du irgendwas reingeschmissen, wäre doch viel cooler gewesen. Ich würde da jetzt ein Schaf reinballern. Nein, Moment. Habe ich einen Schaf? Ey, geil, ich habe echt einen Schaf. Ja, auf den kannst du eh verzichten, also mach doch. Echt? Alter, er hat zwei HP, was willst du mit dem? Nein! Und nein, er zündet nicht. Scheiße. Ach, Fail. Die Fässer zünden nicht von alleine, die müssen angeschossen werden. Nein, ich meine jetzt, dass ich euch nicht mehr damit treffe, mit dieser, mit meiner Explosion. Ach so. Hallo, das ist ja wohl ja ziemlich einfach, was du machst. Ja. Ich mache es aber stylisch. Und triffst du auch wieder nicht? Doch, ich habe getroffen. Ja, hat er. Und, steht da? Ich denke nicht. Mit einer Basuka hättest du mir noch genug Schaden so gemacht, dann wäre der wahrscheinlich tot gewesen. Kannst du jetzt auch kein Seil mehr benutzen. Bam. Eine coole Aktion, musst du machen. Ich schieße auf den Baum und treffe mich selber, ey. Nachschub ist eingetroffen, was ist das denn? Oh, keine Bananen, schade. Bombe den Hellwood weg. Natürlich bombe ich den Hellwood weg. Mich kannst du auch gar nicht wegbomben, ich bin nur in einem Tasper da rechts. In eurem Haar. Ach, sei still. Voll geil. Ich bin in eurem Haar drin. Das ist voll dumm. Ja, Mann. Das geht, das geht, Hedgy. Jetzt, ja, genau. Bum, den Hellwood weg. Bum, den Hellwood weg. Bum, den Hellwood weg. Ja, genau, genau. Mit Schaf, ey. Nein! Womit du denn hinderdreckig scharf? Bäm! Womit du denn hinderdreckiges Scharf? Diese Rente in die falsche Richtung. Du sollst so nach links abspringen. Was glaubst du, warum ich mich nach links gebeugt habe? Oh. Was mach ich denn jetzt? Nö, was machst du jetzt? Ich kenne doch mein Kopf umdrehen müssen vorher. Stell dich ja drauf. Schau mal obendrauf. Was hat's denn? Ja, er baut jetzt nicht doch schon. Er baut sich noch in seiner perfekten Sache da noch ein, weißt? Ah, geil. Weißt du, was der GLP baut? Genau, ich bin Bob der Baumeister. Nee, hast du Command & Conquer gespielt? Nein. Generals. Baut. Nee, mir geht das nicht. Nee, weil da Zeug dazwischen ist. Du musst halt freie, äh, freie Platz haben. Er ist zu eng, du siehst doch, dass du über den Rand baust. Da ist er. Damit. Na ja, aber gleich komme ich raus mit dem anderen. Das ist jetzt meine, meine, ähm, Versicherung. Hm. Banane. Oh, jetzt hat der Bananen. Das Schwein. Hätte ich jetzt gerade eben gebraucht für Hellload. Dafür trifft er sich. Das ist mir so egal, ob wir da sterben oder nicht, aber das ist... Keine Aktion. Der war hart, ey. Jetzt höre ich zu der P, Ali. Meine Ali. Das sieht gar nicht so schlecht für mich aus, sehe ich gerade. Nee, weil wir uns hier voll bekriegen. Hör mal, ich bin erst eine Runde, ähm, ne, versteckt. Ja, so viel zu, wir arbeiten zusammen, ne, Hetschi? Ja, na, du hast ja auch genug jetzt, oder? Ja, außerdem so viel zu, wir arbeiten zusammen mit Penner. Du Arsch, hast hier gerade die letzte Woche weggebrochen. Ich hab mich selbst mitgekillt, ja? BAM! Trifft dich auch, trifft dich auch, ja! Das ist doch echt geil. Klopp. Ich liebe Bananenbomb. 255. Boah. Nein, Ali hat auch Schaden gekriegt. Oh. Post auf, wo ein Schaden, Ali. Ja, ich hab mich eingetroffen. Hm, was ist ein Spruch. Ja, toll. Wir sollen wieder Abonnenten und rübter Düdl, Ali. Scheiße, wie soll ich denn da raus? Ich komm nicht raus, ich kann mich nicht pornen oder sowas. Natürlich. Nein. Wann, ist kein Porter da? Ich kann mich echt nicht pornen. Boah, Hetschi, was hast du eingestellt, ey? Ich hab gar nichts aufgestellt bei Porter. Ja. Mach du nächstes Mal, Adman. Oh, ne, geht ja, geht ja nicht irgendwie, ne? Ich porr mich jetzt durch. Alter, jetzt disst mich nicht. Bitte in seinem eigenen Video, geht es? Find schön. Na, toll. Toll. Boah, bitte nicht zu weit. Ja, eben, bitte nicht zu weit. Das kann noch ein paar Runden dauern. Und was machst du jetzt mit Ali da hinten? Rumspaßt? Oh, das weiß ich noch nicht so genau. Aber irgendwas werde ich schon mit ihm machen können. Geh mal nach links und guck mal, was da ist. Der bewegt sich nicht. Du hast auch gerade eine Lenkraket ausgewählt. Genau. Tod. Das wär zu schön gewesen. Ja, damit er jetzt rausgefallen wäre, einfach so. So, ich helfe dir jetzt mal, dass du da auch einen Weg bekommst. Hm, ist mir klar. Nein, ich mach das jetzt ehrlich. Und stuff. Ja, ja. Das ist so klar. Bam. Und das geht auch noch auf, der Scheiß. Nein, 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 nein. Die Mine sollte da nicht runter. Ja, okay. Boah. Ja, das ist so renefähig gewesen. Es ist aber da unten, da oben ist jetzt schon mal ein Loch drin. Ja, er hat sich wieder rausgedreht, weißt du? Ja, ja, ja. Oh, hat nicht funktioniert. Oh, ja, das war so geplant. Jetzt kommt er hier wieder mit seiner Seil-Action. Ich bin halt der... Kommst du nicht oben ran. Seil's halt gerne ab. Das ist ja, jetzt kannst du von oben rein. Ja, ja, ja. Ja, doch. Egal. Du dreht jetzt eh um. Boah, du bist so ein A-A-A-L-O. Juma, hey, load, hey, load, hey, load. Wieso steck... Triff nicht. Das explodiert er wirklich nicht auf Druck. Ja, spring zurück. Das ist schön. Das ist schön gewesen. Hey, mal. Ja, nein. Ja, ich will euch ruhig gehen seit Spauly nur ein bisschen. Wann? Und da musst du ja rein theoretisch sagen, was geben, ne? Ich muss sagen, wie die hier sind. Hallo, ob der Brücke. Und du bist eben nicht zugrunden. Ja. No. So, dann wollen wir dir doch mal zeigen, wie das geht mit der Bananenbomben. Bin sehr gespannt.